das erste mal übernachtet in miami wir hatten gestern schon richtig schönen abend noch alles so schön beleuchtet von der weihnachtsbeleuchtung eigentlich noch hat mir aber trotzdem total gefallen auch wenn es so gar nicht weihnachtlich wirkt aber es wirkte alles so toll werden die bilder mit reingefügt ja jetzt werden wir dann gleich erstmal wieder irgendwo in die richtung gehen und was frühstücken haben da auch schon bäcker und so ein bagel laden gesehen und gehen dann wieder zum strand wo wir gestern so schön einsam und alleine waren da wird heute dann wahrscheinlich mehr los sein werden uns da mal einen relaxen tag machen und dann gucken wir einfach mal was kommt so richtig miami erkunden mit einem hop on hop off bus werden wir auch noch das machen wir allerdings erst am tag nach der cruise sprich wenn wir wieder anlegen wir bleiben dann ja noch einen ganzen tag und fliegen erst den anderen tag abends ja und was dann so eigentlich das haben wir uns noch nicht so groß überlegt denn darüber möchten wir ja noch nicht nachdenken dann ist die reise ja schon wieder zu ende und von daher machen wir jetzt erst mal ganz entspannt laufen wieder zum strand schauen uns das alles jetzt noch mal bei tageslicht an und dann sehen wir weiter bis dahin auf richtung beach leider regnet es jetzt ein bisschen aber bei der geilen atmosphäre hier bei der geilen umgebung macht auch das nicht so aus ja Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018